Ein neues Taxi, ein neuer Ender. Die Achterbahn setzt sich wieder in Bewegung, diesmal zurück ins Hotel. Komm schon, komm schon, komm, kleiner Schlagmann, mach mit! Nick trommelt gegen die Portabdeckung des Dienstrechners, als ob er ein lahmes Pferd über eine letzte Hürde peitschen müsste. Wenn auf eine Sache Verlass ist, dann die. Sobald ihn eine Maschine zum Duell auffordert, ist alles andere vergessen. Die Schwüle, die Müdigkeit, sogar die Tigerbiere. Da ist er echt launisch im positivsten Sinn. Hoch konzentriert, wie ein Formel-1-Pilot vor dem Start, scannt Nick die Zeilen auf seinem Bildschirm. Dabei zucken seine Pupillen mit einem fast erschreckenden Tempo hin und her. Ob ihm die Data-Box irgendein Zeug mitgegeben haben, Speed oder so. Um der Musikkassette die Videobilder zu entlocken, reicht meine lächerliche Technikeinführung natürlich nicht aus. Das waren profane Informationen für Anwender, die FAQ. Für die echte Arbeit muss der Profi zurück an die Quelle gehen. Ein paar Großbuchstaben huschen über Nicks Bildschirm. Number 5 010 419. Apathos for storing video signals on audiocassette. Er scannt die Patentschrift der Pixel-Vision-Kamera nach Hinweisen, die uns helfen können, die Daten auf der Kasi zu entschlüsseln. Den Ton auf dem rechten Kanal haben wir ja schon. Jetzt fehlt nur noch das Bild. Looking for the gift of sound and vision, spricht er vor sich hin, während er die Bildschirmseiten ohne anzuhalten runterscrollt. Schnell lesen konnte er schon immer, aber er ist noch besser geworden in den letzten zwei Jahren. Die Welt um ihn herum hat er längst ausgeblendet. Keine Klage über das sperrangelweit offene Fenster des Taxis, durch das der Klang von Kuala Lumpur wie ein Presslufthammer hereindröhnt. Kein Kopfschütteln über das Mördertempo, mit dem der Inder den Wagen durch die Rushhour hetzt. Kein Gemecker über den Hip-Hop, der so laut aufgerissen ist, dass die Boxen in der Hutablage klingen, als ob jemand Papier zerreißt. Dieses Sita-Sample, ist das nicht Punjabi MC? Was für ein Klischee, so als würde man am Münchner Hauptbahnhof ins Taxi steigen und der Fahrer hätte die Zillertaler Herzbuben eingelegt. Nachdem er die technischen Daten des Pixel-Formats innerhalb von zwei Minuten inhaliert hat, fischt Nick die digitale Kopie der Kassette aus dem Speicher des Dienstrechners und macht sich an die Arbeit. Wie er den Bittstrom wohl in Bilder umwandelt? Er sieht jedenfalls aus, als wüsste er, was er tut. Gezielt klickt er sich durch seinen digitalen Werkzeugkasten und doziert weiter vor sich hin. Okay, unser Fehler war, dass wir auf der Kassette nach einem Programm gesucht haben. In Wirklichkeit ist der Bitsalat, den wir bei 8-facher Bandgeschwindigkeit empfangen haben, ein digitales Fernsehsignal. Und zwar eines, das brutals zusammengekloppt wurde. Geht ja auch nicht anders. Ein normales Bild hat vertikal 576 Pixel. Das ist eine Menge Holz und passt nie und nimmer auf eine Audiokassette. Nicht mal bei 8-fachem Tempo. Also haben die Ingenieure bei Fischer Price ordentlich abgespeckt. Die Pixel Vision Cam zeichnet nur 120x90 Pixel auf, schwarz-weiß. Statt 2 MHz ist so nur eine Trägerfrequenz von 100 kHz nötig. Die kriegt man auf eine beschleunigte Kasi gerade noch so drauf. Bahnhof, Nicky Baby, Bahnhof. Er schaut mitleidig zu mir rüber. Mann, je schneller ein Magnetband läuft, desto höher ist die Bandbreite. Logisch, oder? Ein malayser Polizeiwagen sprintet auf der Standspur vorbei. Die Cops tragen verspiegelte Brillen und bewegen ihre Köpfe keinen Millimeter. Zoom. Wir rasen unter den Betonpfeilern der Einschienenbahn durch. Direkt dahinter kassiert der Taxifahrer einen klapprigen, grünen Bus, der eine schwarze Dieselfahne hinter sich herzieht. Hinter der Betonbarrikade, die die Spuren der Stadtautobahn trennt, tauchen kurz die oberen Stockwerke unseres Hotels auf. Wenn der Fahrer weiter so heizt, sind wir in 10 Minuten da. Und was dann? Was, wenn die Typen mit dem schwarzen Geländewagen da schon warten? Nick jetzt darauf anzusprechen, wäre Schwachsinn. Er ist im Flow, wie nach drei Stunden Kommandozocken am Stück. Er hat auf Autopilot geschaltet, sitzt im Tunnel. Ihn da jetzt rauszuholen, würde auch nichts bringen. Nein, je schneller wir rauskriegen, was auf dem Band drauf ist, desto besser. Vielleicht wissen wir ja dann, warum die Typen hinter uns her sind. Wie besessen, hackt der Beifahrer immer neue Werte in die Eingabefelder des Videoanalyseprogramms. Bin fast da, bin fast da, murmelt er, als ob er meine Gedanken lesen könnte. Keine Angst, niemand wird dich beim Zielanflug stören. Jetzt noch den schwarzen Rand berücksichtigen? Äh, welchen Rand? Weil das Videobild selbst so klein ist, hat die Pixel Vision einen schwarzen Kasten drumherum gerechnet, damit man sich das Ganze auf einem normalen Fernseher angucken kann. Also quasi Bild im Bild. Weiteres Tastaturhacken. Kleine Warnung schon mal. Bild und Ton werde ich nicht ganz synchron kriegen. Was bist du denn für ein German Engineer? Das macht dann nochmal 20 Stockschläge, Dude. Das Taxi donnert so heftig über ein Schlagloch, dass Nick fast der Rechner vom Schoß kippt. Es ist höchste Zeit, dass wir mal wieder in einem eigenen Auto sitzen. Wie der Beifahrer nur dieses Beifahrertum aushält. Ohne Lenkrad in der Hand ist doch überhaupt kein klarer Gedanke möglich. Sollte irgendwann mal der Individualverkehr total abgeschafft werden, sitze ich hoffentlich schon sabbernd im Altersheim. Das Taxi taucht in die Palmenhaine des Stadtwalls ein. Sofort weht es ein bisschen kühler rein. Man kann schon fast das Fenster unseres Zimmers an der Hotelfassade abzählen. 21 Stockwerke nach oben, dann ganz in die Mitte. Nick schwitzt wie ein Schwein. Jetzt nur noch, presst er zwischen den Zähnen raus, während er auf seiner Unterlippe rumkaut. Ich tippe den Fahrer an der Schulter an und zeige auf die Straßenecke vor unserem Hotel. You can't drop us over there. Very well, sure, antwortet der Inder überfreundlich. Er spricht viel zu laut und deutlich. Halt auf diese Art, an der man Leute erkennt, die ihr gesamtes Leben lang ständig Kontakt mit Menschen hatten, hinter einer Theke oder eben dem Steuer eines Taxis. Jetzt hilft nichts mehr. Ich muss Nick zurückholen. Alter? Was? Alter, wir sind da. Trifft sich gut. Und ich schaue beim Anschnallen rüber. Warum? Nick grinst extra breit. Willkommen in Vaters Höhle. Er setzt dazu an, den Rechner umzudrehen. Doch bevor er zu seiner legendären Handbewegung ansetzen kann, steigt der Taxifahrer voll in die Eisen, um nicht an der Hoteleinfahrt vorbeizudonnern.